Okay, zurück verwandelt in einen Vogel und ich habe auch noch einen Zauber gewirkt, damit meine Waffen leisen sind. Aber ich sehe schon, dort hinten sind einige Gegner. Ich muss irgendwie versuchen, über die Dächer an die Gegner ranzukommen. Okay, okay, okay. Am besten esse ich noch ganz schnell eine Wurst, bevor wir die hier loslegen. Okay, mal gucken, ob sie einen Gegner hat. Was ist das? Das hört sich nicht gut an. Oh, da ist einer. Okay, der ist tot. Die Dächer sind fast sauber. Oh mein Gott, die da oben haben mich schon fast gesehen. Einen nach dem anderen. Und noch einen. Was kriege ich hin? Das ist ein Alarm. Die wissen, dass ich da bin. Die, oh verdammt nochmal, die wissen, dass ich da bin. Okay, okay, okay. Also die sind schon mal zerstört. Auf den Dächern gibt es, glaube ich, kaum noch einen. Keinen einzigen gibt es noch. Okay, ich muss versuchen, schnell zu sein. Ich muss versuchen, sogar sehr schnell zu sein. Ich muss alle von den Dächern her töten. Okay, drei, zwei, eins. Oh mein Gott, die haben mich gesehen. Okay, einfach Angriff. Einfach Angriff. Masi, das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Ah! Okay, okay. Masi, Masi, Masi. Komm. Einmal, einmal. Es kann nicht schwer sein. Es kann nicht schwer sein. Oh mein Gott. Oh, die schießen auch mich ab. Okay, der ist tot. Der ist tot. Au, 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 au. Okay. Nicht mehr viel. Da hinten hat es noch einen. Und da unten hat es doch noch einen. Zwei sogar. Und hier ist auch einer. Okay, 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 okay. Oh mein Gott, ich habe keine Munition. Ich habe keine Munition. Okay, okay, was gibt es hier? Da hinten. Munition. Oh, ich habe keinen Platz mehr frei in meinem Inventar. Oh, Fisch, Rüstung. Hä, warum habe ich so viele komische Sachen bei mir im Inventar? Ich würde doch niemals Fische haben. Und ein Messer. Das Messer brauche ich auch dringend. Ähm. Dann entfernen wir halt diese Kugeln. Warum habe ich das? Und diesen Fisch. Wer will Fisch im Inventar? Okay, wo ist das? Wo ist das? Wo sind die Gegner? Die haben anscheinend den Alarm ausgemacht. Ah, da sind sie. Oh mein Gott, mit denen tötige ich sie einfach nicht sofort. Wo sind die? Oh mein Gott, die können ja total viel aushalten. Ach, kommt schon. Okay, einen habe ich zerstört. Okay, das kann nicht so schwer sein. Vielleicht muss ich ihm einfach die Kehle aufschneiden. Oh, komm, 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 komm. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo ist der Rest? Oh, der eine der Kova steht immer wieder auf. Was ist das? Ist das eine Art ein Boss? Okay, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ich muss es durchsuchen. Irgendwo in diesen Kisten gibt es sicherlich irgendetwas, was ich brauchen kann. Oh, komm, komm, komm. Eine Kiste, eine Muskete, eine Muskete. Komm doch her. Okay, sehr gut. Wir müssen jetzt einfach unbedingt die ganze Stadt hier säubern oder was auch immer. Das ist dieses Fabrikgelände. Ich muss sofort sehen, wohin die gegangen sind. Das kriege ich doch wohl hin. Bitte. Oh, komm. Einer. Oh, zwei, drei, vier und der letzte. Komm, der letzte, der letzte, der letzte. Oh, okay, tot. Okay, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ich muss aufpassen. Und los. Oh, ich habe ihn nicht getroffen, ich habe ihn nicht getroffen. Okay, das war kein fairer Kampf. Okay, leider ist die Waffe jetzt kaputt. Hör mal zu. Wie ist das? Ich sage es zwar jetzt nicht gerne, aber wir müssen uns mit denen verbünden. Mein Bruder will es so. Ich will es auch eigentlich nicht. Aber er hat mir klar gemacht, dass es die beste Möglichkeit ist, für uns als Mafia zu überleben. Als Weltmacht zu bestehen. Die wollen als Weltmacht hier überleben? Das ist pures Geld. Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Es kommt schon alles in Ordnung. Es kommt schon alles in Ordnung. Okay. Oh, verdammt nochmal. Die haben hier überall Drogen. Das kann so nicht bleiben. Das kann... Die können hier so nicht bleiben. Was haben sie noch in den anderen Lagerhallen? Ich muss, glaube ich, den zuvor kommen. Was ist in der anderen? Ich weiß, was in der einen ist Waffen. In der anderen sind Drogen. Und was zum Teufel ist das? Das ist ja... Das ist ja alles für eine Sprengung. Was wollen die denn sprengen mit so viel TNT? Warum haben sie überhaupt so viel hierher gebracht? Das ist doch nicht normal. Ich bleibe einfach hier. Irgendwann kommen sie in diese Lagerhalle hier hinein. Und dann werde ich sie überraschen oder zur Rede stellen. Und ansonsten spreng ich alles oder so. Keine Ahnung. Das alles hier wird nur reichen für einen gewissen Anschlag. Wenn wir uns erst verbündet haben, haben wir noch mehr. Okay, 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 okay. Ich muss überlegen, wie ich das mache. Oh mein Gott, die sind zum Glück noch nicht raus. Habst du das Baby? Was? Oh mein Gott, die haben das Baby ja noch ganz vergessen. Was für ein doofes Baby. Sagen wir... Versteck dich hier. Ich würde gerne ein Experiment ausprobieren. Wie viel TNT überlebt ein Baby? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Was war das? Gar nichts. Oben haben wir auch noch was. Oh. Ähm. Äh. Toll, toll, toll. Ähm, okay, okay, okay. Ich hab gar nichts getan. Ich hab gar nichts getan. Ich hab gar nichts getan. Hallo. Guten Tag miteinander. Ähm, ich bin von der Qualitätskontrolle. Ja. Ja. Oh, weg mit der Qualität. Das müssen Sie wissen. Eine echte Knallerhalle hier. Ja. Toller Wortwitz ausgezeichnet. Ja, klar. Wundervoll. Ich werd einfach langsam mit dem Rücken rausgehen, ohne dass irgendetwas... Baby 9. Leg mal das Baby da hin. Ja, aber Sie wollen doch nicht das Baby wegspringen. Das können Sie nicht tun. Sie können kein Baby töten. Warum darf ich denn kein Baby töten? Das macht man einfach nicht, okay? Das macht man einfach nicht, okay? Hören Sie auf. Bitte. Ich flehe Sie an. Bitte geben Sie das Kind irgendwie zurück. Machen Sie nichts, okay? Dann holen Sie es sich. Ich mach nicht. Oh Mann. Geben Sie das Baby. Oh nein, 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 nein. Stopp. Nein. Oh mein Gott, nein. Nein. Oh. Ich hab's nicht irgendwo... Was zum... Oh nein. Was zum... Was ist mit ihm los? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel?